Hm? Impfen? Nee, komm. Hier, wie sagt der Dings immer so schön, der Albert Einstein? Impfen ist nur was für Feiglinge. Doch, hat er gesagt. Ja, hätte er aber sagen können. Das sagen ja etliche Wissenschaftler. Alle ernstzunehmenden Wissenschaftler weltweit raten zu einer Impfung gegen Covid-19. Also, da muss ich nicht. Able shameless Te